sehr gut die werden wir das in sie geschichte warum gar nicht immer nur die haupt geschichten so man hier die zeremonie das haben wir ja schon geschafft oder die hier die unmarkierung die mit nicht grünen ausgezeichnet haben wir noch eins zwei drei vier fünf fünf ziele haben wir jetzt noch da sind heute erstmal beschäftigt dann haben wir hoffentlich nicht mehr als viele quests eine haupt story erkundet habe ich das gebiet ja hier schon ich muss ehrlich sagen naja noch geht es noch macht es einigermaßen spaß aber so langsam ich bin eigentlich kein open world ran und nach dem erkunden im open world raum tja wie soll ich sagen irgendwann hat sie es für mich dann auch ich verliere dann relativ schnell die laune und mit dem sprintgebäu sind wir relativ schnell wenn wir sprinten auch wenn wir normal laufen sind wir schneller noch werden wir noch attackiert jetzt sind wir noch nicht befreundet ich muss hier nur mal durch, ich bin auf der durchreise ok, hier müssen wir hin, na toll das Dorf müssen wir hin hier ist eine Höhle in der Nähe, da müssen wir hin ok, ich finde die Höhle ok, hier wohl nicht so sind die Quests hier nicht allzu kompliziert alles bisher machbar ließ sich aushalten okay, da fällt es vielleicht zwar woanders hin, aber ist das die Höhle von der geredet wurde fehlgeschlagen witz ich habe nicht auf der anderen Seite des Dorfes vielleicht hier irgendwo und das meine ich die Höhle war, wo wir gerade rein wollen hier ist ein Wasserfall hier ist ein Wasserfall hier ist ein Wasserfall puh du musst hier irgendwo 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 hier in diesem Umkreis sein hier die Karte ist auch nicht besonders genau die Karte ist auch nicht besonders genau oh nein oh eine Höhle und ein Tender Wasserfall ich hoffe das ist die richtige Höhle durch Zufall entdeckt und das Fass könnte man gebrauchen wir haben ja noch genügend aber ich konnte gar nicht aus der ich konnte gar nicht abhauen so schnell wie das explodiert ist und im Werft kümmerlich auch nicht nein 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 verdammt nicht ihr greift auch alles an ja könnte mal eine Minute ich glaube die Sprengstofffässer bringen ja nichts finde ich viel denn ich stelle die in dem Gebiet aus wo sie mich noch nicht lauern jetzt C schnarchen 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 LGB schnarchen und oti schnarchen spider schnarchen schnarchen hade schnarchen schnarchen dmk Ich komm drüber. Nein, 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 ich werde hier wieder sterben. Lief doch. Nein, 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 nein. Das ist ein Feiler. ich hab keine Nacki so viel auf einmal kann ich nicht kämpfen gut zu den fässern ich darf einen boogen mal wieder ausrüsten fernbogen ausrüsten ausrüstung fernbogen ausrüsten das ist ein fischer fernbogen ausrüstung fernbogen ausrüstung fernbogen ausrüstung fernbogen ausrüstung fernbogen ausrüstung fernbogen Oh nein. Ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße, friss was. und zwar schnell wo sind die bestien jetzt habe ich wieder keine Feinde mehr oder was natürlich das ist das problem an den nahkampf okay wir sind hier noch so viel kannst du gar nicht mehr sein einer ist hier noch so futtern und den sehe ich hier noch ach du scheiße das sind zwei nur 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 der hat sich selbst in die Luft gesprengt und den Kollegen auch und nein nicht so nah an dem Sprengstoff passern ich glaube jetzt ist alles frei ich bin Sprengstoff fest aufheben hier brauche ich den Sprengstoff was für dann habe ich hier noch sehr gut und erkundet die Höhler der Krocke haben wir eigentlich getan das müssen die Blutbeeren sein was für eine merkwürde Pflanze sie war noch nie am Tageslicht und dennoch sind die Furchte so reif ich sollte sie zum Oberschamanen bringen finde den Oberschamanen sehr schön und eine weitere Höhler ist frei von Monstern auf zum Schamanen das Wasser hinunter schön dass der Floss so niedrig ist dass man da durchlaufen kann muss irgendwo hier sein in die Richtung ok hier zeigt das hin der Turm scheint verlassen zu sein ob sich Noth wirklich sicher ist wo dieser alte Kocker sich aufhält dann werden wir sehen hier waren wir glaube ich schon mal oh oh rein hier ich hoffe wir sind hier in Sicherheit von den Vogelfiechern sind sie schon eine ähnliche Dinger die können nicht wirklich fliegen oder so leutelvoll oha oh nein das war's das war's strebenden Krieger. Wie hast du? Ich weiß, warum du hier bist, junger Mensch. Der Weg, der vor dir liegt, wird deine Fähigkeit als Krieger auf die Probe stellen. Dann bleibt mir wohl keine Wahl. Ich muss alles wissen, was man über den Irr. Ich weiß nach welchem Wissen du suchst und ich kann sich schon fast sehen, wie man an dieses Wissen kommen kann. Du wirst mir aber dabei helfen müssen, es noch deutlicher zu sehen. Du solltest nach dem Finsterbiest suchen, denn das Auge des Finsterbiest sieht am besten. Das Finsterbiest, das klingt ja heiter. Ist es aber nicht. Ich trage auf deiner Karte ein, wo du es finden kannst. In diesem Köder kannst du das Biest herbeinocken. Bring mir das Auge, dann werden wir uns beeilen, deine Antwort zu finden. Okay. Da lang. Das war klar. Ich habe es trotzdem versucht. Falsche machen wir ja hier nicht. Mit dem Schild runtersegeln können wir auch nicht. Blöde Sache eigentlich. Okay. Wo sind wir hier gelandet? Bei Sonnenaufgang. Finde ich einen Oberschamann. Ich dachte wir den haben wir gerade schon gefunden. Hat das jetzt noch nicht gespeichert oder was? Flussabwärts. Dann flussabwärts. Dann flussabwärts. Gut, das muss hier nicht alles brechen. Wot de fack, was war das? Der Mond ist ein riesiger Scheinwerfer. Und die Sonne. Ist das wohl... Ja, okay. Es wird wirklich nicht gespeichert. Müssen wir es erst unter schaffen. Jetzt geben wir den Dialog mal schnell. Oh scheiße. Es geht laufend vor sich. Ich nehme seinen Vorrat weg. Ich brauche nur einen großartigen Beutel. Das ist aber nicht schlecht. Wenn das mal einen kriegen würde. Nächste Quest. Okay. Wird die rote Blume hier. Ach vergiss es. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bin ich vorbereitet. Wenn wir das nicht ein drittes Mal machen müssen. Da müssen wir hin. Fliegt ihr da ran. Eine Kugel. Eine Kugel. Das sollte reichen. Und jetzt warte ich auf das Fensterwiest. Na toll. Und aufgeladen. Na toll. Was ist denn? Ach du Scheiße. Äh. Kann ich da Sprengstoffwässer hinlegen. Kann ich da Sprengstoffwässer hinlegen. Und dann greift er sofort wieder an uns. Das ist effektiv. Ich stecke. Oh Scheiße. So ist dann auch das Fass angreifen. Sehr schön. Scheiße. Ich bin am Arsch. Das ganze nochmal mit der Story nochmal zum Turm und so weiter. Und dann. Ei. Ei. Bitte nicht. Wir setzen mal irgendwo ein Save Point. Der Ladebein ist auch immer wieder lustig. Ok. Hier direkt vom Turm und mich gespeichert. Sehr schön. Wir sollten möglichst aufgeladen dort hinkommen. Wir sollten möglichst aufgeladen dort hinkommen. Ich aber auch. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Schieß. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt angreifen. Jetzt angreifen. Sehr schön. Oh oh. Komm her. Da drüben ist das Fass. Komm her. 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 Hier. Komm her. Komm her. Komm her. Bye.